Man, Leute, ey, das war doch nur Spaß. Guckt ihr denn nicht meine Videos? Wenn ich sage, ich habe es geschafft, jeden Tag ein Video vorzuproduzieren, dann habe ich das auch geschafft, man. Ey, Leute, ohne Witz, ne? Hey, Leute, willkommen zu einer Runde MacCraft Quick SG, ne, normale SG, ne, Quick SG, Quick SG mit dem Flo und natürlich Teams on, weil wir sind halt Teams, weil wir sind nett zueinander. Ja, wir können es nicht anders. Und wir haben uns lieb. Flo, ich bin hinter dir, töte ihn. Jawohl! Richtig gut, Flo, richtig gut, meine Kiste. Schwert. Hey, nimm das nicht raus. Ja, töten, töten. Ich habe einen Bogen. Alter, warte. Okay. Ich versuche irgendwie... Warte, 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 warte. Hinter dir, äh, vor dir. Überall. Ich helfe dir. Flo, pass auf. Geh weg, geh weg. Ich kassiert. Nice, Junge. Teamwork. Oh, ich habe richtig gute Rüstung. Also, ich habe zumindest ein bisschen Rüstung. Hast du eine Chessplay? Ja, Eisen. Hashtag awesome. Moment. Ich muss eben essen. Ja, ich habe leider keins. Ich? Hier. Ich habe mich auch gebrochen. Danke. Lifesaver. Pass auf, das ist bestimmt eine Freude. Was steht da? Map bei Beat Leo. Ich würde auch gerne so eine Position haben. Ich sterbe. Nee, ich habe ihn. Nice. Richtig gut weggekommen, Boots. So, Eisenschwert. Komm hier rein. Ja. Und jetzt? Alter, wie geil. Eisenschwert. Ich habe einen Bogen übrigens. Ich auch. Mit 16 Pfeilen. Hast du Pfeile? Ich? Ja, 13. Okay, das ist ja gut aufgeteilt worden. Da kommt einer. Oh, komm, den holen wir uns, oder? Hast du wie viel Leben? Komm hier drauf. Nein! Mach doch nicht! Mach nicht! Hab ihn, hab ihn. Weggekommen, Boots. Weggekommen, Boots. Achtung! Fuck! Oh Gott! Hinter uns war auch noch einer. Egal, Leute. Wir müssen jetzt jedes Video nehmen. Und das wird wahrscheinlich mit noch ein paar SG-Runden hintereinander geschnitten. Wenn wir es schaffen. Oder wir benutzen es alleine. Ja, war eine gute Runde. Viele Kills. Und dann sehen wir es beim nächsten Mal wieder, Leute. Auf diese Math. Also vielleicht wird das hinten dran geschnitten. Je nachdem, wie das mit den Videos hinkommt für den Urlaub. Und... Ja, lass doch direkt durchlaufen. Nee, ich muss halt gucken. Ich nimm das mal so einzeln auf, damit ich entweder mehrere Videos machen kann. Aus dem Folgen. Also bis zum nächsten Mal. Oder halt bis gleich. Ciao. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Quick Survival Games mit mir und dem Flo heute mal. Und wenn ihr dieses Video seht, dann sind wir im Urlaub. Und deswegen produzieren wir wenig vor. Flo, hier sind ganz viele Kisten in der Umgebung. Einfach richtig krass. Wenn da kein Schwert dran ist, dann bin ich am Arsch. Fuck, ich bin am Arsch. Alter, keine Waffe. Ich auch nicht. Flo. I need your help. Wenn Elf... Ich hab ein Steinschwert. Ich brauch doch nicht deine Hilfe. Ich hab ein Holzschwert und Bogen. Pass auf. Da. Ja, komm. Ja, der ist. Du musst auch mit helfen. Nice. Oh Gott. Flo, Hilfe. Geh drauf. Oh Gott. Ach, sag das doch. Alter, ich halbe Ferse. Wie geh ich dann in den Nahkampf? Oh Gott, ist nicht blöd. Oh, ich dachte, du hättest ganz gut leben. Äh, guck mal, sind die hinter mir her? No, Bion ist doof. Äh, da vorne ist einer. Ja, dem hab ich mal einen Schlag mitgegeben. Bion, hinter dir ist im Moment keiner. Nice. Doch, laber noch nicht. Ist einer mit dir. Ich muss mich gar erst mal ein bisschen ausrüsten. Ähm, weil ich hab auch das hier. So. Ach, ich hab auch einen Bogen mit 26 Pfeilen. Boah, ich seh die nur so aus dem Augen. Hä, den hab ich doch wegen dir bekommen. Und die Pfeile. Ja, die Pfeile wegen dem anderen. Ah, Alter, der hatte jetzt nur 26 Pfeile, weil ich hatte... Ja, keine Ahnung. Achso, ja, da hatte der 26 Pfeile, der krasse Typ. Ich kann ihn nur so vernichten, die Typen. Oh Gott, jetzt kommt ein scheiß Team... Team Kameradenschwein. Der boostet den jetzt auch noch, ne? Der Chiller, der Chiller, der Chiller. Ja, und wenn einer tot ist, dann ist der andere auch am Arsch. Ich will wenigstens einen mitnehmen. Oh Gott, jetzt kommt der andere wieder. Das ist ja mit, dann ist ja ein Witz, ist das. Ach, feg dich doch. Weißt du, du kannst dich noch nicht mal auf einen konzentrieren, weil dann einfach beide, du kannst in eine neue Runde gehen. Äh.